So, und damit herzlich willkommen zurück zu Sage. Showdown auch ganz entspannt. Wir starten rein in ein paar random Battles. Oh, wir haben YouTube. Und Hooper und Land. Unser Team ist sehr unfair. Wow. Äh, okay. Natürlich kriegt er die Parra. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, äh. Ach stimmt, hier hebst du noch Reet, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Hoi. Foxy Mist. Der zweite Toxic ist nicht, jetzt geht er wieder hier im Reinen, habe ich das Gefühl. Das gibt es nicht. Er geht zweimal auf Donnerblitz, kriegt zweimal die Para, das ist krank. Der kriegt doch sofort den Job, der hat die Hex aber einprogrammiert, das gibt es ja gar nicht. Jetzt kriegst du auch noch einen Crit, das ist Hammer, das ist der Hammer. Also was der hier abzieht ist, ich meine ich habe natürlich ein krankes Team, gar keine Frage. Aber what? Oh bitte, triff einfach. Danke. Oh, er ist auch New 2 und er gibt auf. Gute alte Belly Drums, wie man kennt das Stimmepanzer Eron. Wir legen jetzt die Rocks raus. Und jetzt fahren wir den raus. Oh. 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 Wir legen jetzt die Minon rein. Ach nee, die Minon Shit. In Power-Eyes, da rechnet er niemals mit, aber er geht rechnen mit der Elektroattacke und geht jetzt rein, im Wohn-Pokémon, ja, oh, vierfach effektiv und täglich. Reiko kommt rein, gehen mal ne Spacke. Reiko kommt rein, gehen mal ne Spacke. Ja, danke dafür. Haha, geht auch. Er sieht einfach keine Bösigkeit, wie sie Panzer hier rum vorbeizukommen. Oh, ich hab ein Thunderbird gegen Wohmadam. Geht auch ein Sub. Ja. Jetzt brauche ich dann Lock-Off. Und vor viele einfach. Das gibt's ja gar nicht. Oh, Unterlander. Oh, wir haben aber Bennett. Ich brauche ihn erstmal. Halleluja. Oh, das ist ja gar nicht. Oh, wir haben ja alles vor. Wie geht es, ich kann den Endermen auf! So, ja. Oh, wir gehen. Oh. Wir gehen bei den Power-Port. Woh, wir gehen. Wir gehen auch. Wir gehen. Wir gehen. Das wäre geil, wenn er mich jetzt sweept. Und das war's mit Lilligant. Oh. Wow. 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 Ja, wobei, wir verdrängen ganz. Sehr nice, das überlegen wir, gehen auf bloß 1, sonst geht es schneller. Aua, nein, nicht der Reversal. Ich gehe nochmal für den Outrage, ist mir egal. Ja, okay, Sucker Punch hätte ich mit rechnen können, aber er hat Moxie. Ich gehe schneller und nicht schneller. Jetzt ist mir sofort wieder raus. Okay, wir opfern jetzt Banette. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ich weiß nicht genau was mein Plan ist, ich wechsle einfach durch die Gegend. So, jetzt ist noch nichts verloren. Außer ich hätte jetzt sowas mit Mewtwo oder so. Groink, okay. Toxic nicht erstmal. Oh, du bist schnell. Jeder macht uns 30%, wir gehen auf bloß 2. Und jetzt droppen wir einen Fireblast. Bitte keine Full Power. Danke. Boah, das macht nichts. Hammer. Du krank. Okay. Ja, gut. Jetzt muss er nicht machen, ne? Müssen wir mal auf den Fireblast gehen. Da ist der Crit. Danke dafür. Okay, das ist auf jeden Fall schneller. Und das ist gar nicht gut. Ja, wir verlieren. Wenn wir das irgendwie überleben. Ja, das geht natürlich. Das ist natürlich nicht der Stadt, den wir gerne möchten. Ähm. Und jetzt geht's in Hyper Voice. Ciao Kakao. Ciao Kakao. Scheint so, als wäre das eine Roll, ob er jetzt überlebt. Oder überlebt. Oder überlebt nicht. Ist gut. Ich glaub jetzt einfach drinnen mit Sylwiren. Sollte schneller sein. Ne, mich nicht. Ist okay. Sollte schneller sein. Ne, mich nicht. Ist okay. Oder überlebt. Ne, komm. K, ihr könnt diesen? Wir droppen nur Draco. Das reicht leider nicht. Äh, ach ne. Mh, ok. Ja, der V-Creator war heller needed. Ganz ehrlich, ich hole noch einen. Ach, er hat noch nicht gebatet, gebatet, geschmeudet. Crit war extrem wichtig, falls ihr euch wundert. Kann burn. Danke. Und wir drücken. Ja komm, Hurricane. Hurricane trifft, easy. Und er geht auf. Ich würde aber sagen, das soll es für heute gewesen sein. Insofern wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Nacht, Nachmittag, Sommer, wenn ihr das nochmal guckt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. 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 Tschau.